so und das upgrade aber kaum zwei türen es geht einigermaßen jetzt bin ich gespannt ob das funktioniert darauf warte ich jetzt noch die kommen da nicht mehr ran zumindest nicht so dass sie keine truppen haben hier wir go abflog kontrollknoten 1 erobert ich würde das gerne links hoch spielen der botschafter ist am weg ok das türkern eine zweite rafinerie bauen und einen turm ohne einfach ein bisschen zu schützen hier der rekord die bruderschaft wir nehmen uns was wir wollen gut wir müssen noch warten bis das fertig ist der kran der kran bauen sollen ja du kannst da reingehen wir sind unterwegs betriebsbereit der holt die nächsten angels ab auf und da kommt los an und da kommt los an was der rekord hat noch zu viele leben verloren da ist festgemauert scheiße schreien ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wieder im englischen heißt ich planze meine tiberium saat aus damit die hier nicht aufhört zu ernten ist das leider immer grünes tiberium aber mein gott es reicht glaube ich ja der rekordner ist ja tot ja eine blöde sache wenn die okay oh gott äh oh die basis wollen wir nicht haben die basis wollen wir nicht haben definitiv nicht äh dann ziehe ich ehrlich gesagt den rekordner lieber noch mal ein stückchen zurück und äh oh bache wir brauchen doch noch ein lasertürmchen ich hätte gehofft sie nicht kommen so aus aber nö äh ja wir haben genug ungeeignete bauplätze ich weiß danke ach komm so aber jetzt was nein 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 ihr bleibt hier reparaturieren reparaturieren ganz ganz schnell ähm dieser energiescan wäre jetzt schön aber den habe ich natürlich nicht aber dann kann ich jetzt die die feindliche einheiten in sicht hm 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 und hm es ist halt ein bisschen schwierig hier die truppen sind der heil ok brauchen schon bei 8000 sie los hier los ich weiß dass es so blöd ist ich weiß dass es so blöde sind sie damit in die dinge einzusetzen oder was soll ich machen aber die abgabe von dem dinge sind schon geboten anderen kraftwerk warum auch ich meine ist ja nur ein abgabe das man brauchen könnte und wie noch immer keine unsichtbarkeits dinge angebaut wird mir hier sehr viel ersparen komm schon ist aus der dinge ersparen so viel stress eigentlich weil du halt einfach ja ganz entspannt da deinem tag nachgehen kannst und die tür nicht gesehen werden bis es zu spät ist äh steckt dann ab hier alles ab hat man es auf panzerflugabwehrgeschütze ja brauchen wir auch das ist ja so fast geschafft ja das vergliche ich mich auch jetzt muss ich dann noch nach oben da ist noch ein blaues tiberiumfeld ist das cool ich glaube das ist eine reine kampagnen karte aber so viel blaues tiberium das ist das ist auf keinen fall eine multiplayer mal ob das in dem einen eck tiberium liegt und beim anderen nicht dann gib mal vollgas ähm ja ich glaube das ist viel komm schnell 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 komm komm schnelles flugzeug schnelles flugzeug scheiß grenadierer oh die haben das abgefallen scheiße wir sind ganz schnell hier was tut komm komm schon gut ja ich glaube er weiß schon was jetzt kommt komm nochmal 1988 ja 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 ich ja mal ja 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 Das ist die Frage, was man dagegen tun soll. Bringt das was wahrscheinlich nicht. Doch, bringt's. Okay. Das könnte eventuell teuer werden. Muss ich mir ganz dinglos einfallen lassen. Komm schon. Ich weiß genau, dass es jetzt nicht wenig bringen würde, aber was soll ich machen? Ja, das sind schon unter 50%. Der ist gleich tot. Ungeeigneter Bauplatz. Kontrollknoten zerstört. Aktivierungsprozess abgebrochen. Mission gescheitert. Ja. Automatisches Sprechen. Das sind eine halbe Stunde hier. Mist. Ey. Mission gescheitert. Okay. Also nochmal. Das können wir skippen. Ich glaube nämlich, ich habe nichts zwischengespeichert vom ersten Angriff. Deswegen. Oder? 15.350. Nein. Habe ich nicht. Gut. Ich habe sie befreit. Befreit von der Bürde der Selbstständigkeit. Ein paar warten auf dich in ihren Verstecken tief unter der Erde. Andere wandeln zwischen den Lebenden, von ihrem geheimen Schicksal nichts ahnend. Und die сюsteanz. Und diese schlafen da. Das ist diese schlechte Earth.